Ja und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, der Files, Nr.P. oder auch Chris, wie ihr mich nennen könnt, hier in der Welt von Assassin's Creed 3. 3 ist es genau. Und Sequenz 6 sind wir ja sogar schon. Und wir sind jetzt gerade frisch in der Bruderschaft drin mit Connor und müssen die Templer aufspinnen und ihnen ein Ende setzen. Es ist ziemlich lange her, ich habe ja Assassin's Creed 3 beendet in der Zwischenzeit und habe das in der Zeit kein Assassin's Creed mehr gespielt, deswegen. Aber wir wollen das ja jetzt zu Ende bringen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Das heißt, ich werde jetzt erstmal, genau, die Karte angucken. Genau. Und wir werden erstmal eine Kuriermission machen. Die ist da. Ja. Laufen weiter. Und wie gesagt, keine Ahnung, was, was wir als letztes gemacht haben. Wow. 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 Ich muss erst wieder reinkommen. Wow. Okay. Nicht alles läuft perfekt. Briefe in Nordbosten. Vielen Dank. Danke. Sie sind jetzt inkognito. Gerade den Filter an. Okay. Reiten wir ein bisschen. Oh, was war das denn? Kleiner Clipping-Fehler wieder hier. Wir übergeben mal die Briefe jetzt ein bisschen Panemissieren zu machen. Einfach so, weißt du. Aber hinten noch Schwertfell. Streit das. Ja. Auf die Diebe habe ich jetzt keinen Bock. Ja, diese Kinder lachen auch immer richtig gruselig. Kommt, dann sucht ihr euch. Kommt, dann sucht ihr euch. Heute bin ich extra großzügig. Wenn ihr was nicht seht, fragt nach. Ich habe noch... Diese Almanachre jage ich auf jeden Fall nicht. Schön, dass auch alle mir aus dem Weg gehen. Ja, wie gesagt, es ist lange her, seit ich wieder hier ein bisschen gespielt habe. Also ich muss erst mal wieder reinkommen. Und will es jetzt aber zu Ende bringen. Part des Problems, mein Freund, Mesami. Wannami eher gesagt. Ah, da sind auch so Lieferaufträge. So, ähm... Ich bin relativ planlos gerade. Wenn ich... Weiß gerade nicht, was ich genau mache. Ob ich jetzt alle Aufträge machen soll. Oder ob ich einfach mal die Mission mache. Und ich frage mich auch, ob die Mission jetzt abbricht. Oder ob die einfach da stehen bleibt. Ich denke schon, wenn ich jetzt diese Attentats-Mission hier quasi anfange. So, Mann. Alles klar. Ähm... Und wo ist das Ziel? Okay. Deswegen werde ich denn jetzt gejagt? Das macht halt manchmal keinen Sinn in diesem Spiel. Das war irgendwie schon immer sehr unsurchsichtig. Ich... Ach, da oben. Dann mache ich meine Schnellreise nach da oben. Und, äh... Und, äh... Werd einfach mal... Die Attentats-Mission machen. Wir werden einfach mal diese Attentats-Mission machen. Wenn wir überhaupt da hinkommen. Wenn wir überhaupt da hinkommen. Also, wie ich mich bewege. Das Movement ist bei mir noch nicht gut. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange hier in diesem Spiel aufhalten. Weil ich finde, das ist ein relativ schwacher Teil vom Gameplay her. Passt natürlich super ins... 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 Insgesamt-Universum. Passt natürlich ganz gut. Das ist mir klar. Allerdings, äh... Vom Gameplay her ist das schon relativ schwach, der Teil. Und, ähm... Da ist der nächste Teil schon viel besser. Macht auch mehr Sinn. Sich da mehr aufzuhalten. Und deswegen... Und deswegen... Lindsey-Universum. Da bin ich gerne... Obwohl... Nöw... Ich bin... Dann bin ich. Ich bin... Dann bin ich. Wollt ihr... Ich bin... Das ist ein bisschen wie groß. Ich bin. Ich bin... Ich bin... Wollt ihr... Das ist echt mies gerade. Der Silberfox bietet allen Reisenden die besten Preise. Der Kluge Reisende hat immer den Futschbau zum Ziel. Der Kluge Reisende hat immer den Futschbau. Oh Mann. Hm. Der Kluge Reisende hat immer den Futschbau. Das ist aber echt mies, dass der so rumklippert. Gibt's denn noch so, was ich noch so habe? Pfeilen, Köder, Pferdepfeife, Geld werfen. Giftpfeiler habe ich leider keine. Wurffeilbogen. Sehr gut. 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 Gibt's denn, Leute! Alles muss weg. Vielen Dank.